Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Part von Hyrule Warriors Abenteuer Modus. Wir wollen diesmal diese Mission machen und mit Stufe 7 allerdings mit Link, um möglichst schnell eine Lura zu bekommen, die wir dann, ja perfekt, die wir dann für Dingens brauchen, für die Waffe für Lana. Und perfekt, wir wollten die 4 ausprobieren, die ist zwar sehr schwach, aber empfohlen immerhin. Und wir probieren sie einfach aus, weil ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen, Alter. Aber wenn es wirklich nur ein Feenschwert ist, sozusagen, ist es ja okay. Trotzdem bin ich gespannt. Also Schlachtfeld, okay. Scheint nicht so gut. Oh mein Gott! Wieso zur Hölle bin ich die Fee? Ich bin Link! Das ist scheiße. Was zur Hölle? Die wollten keinen Charakter machen, deswegen... Alter, ich würde kurz sagen, die ist richtig lahm. Oder einfach nur riesig. Was so? Was? 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 Link hat den Flammengepto gesiegt. Nicht ganz, aber okay. Was? Ich... Was? Alter! Ist Link in der Flasche? Ist Link in der Flasche? Ich bin grad mega verwirrt, Alter. Link ist in der verkackten Flasche, Mann. Was ist denn los? Guck da. Wer ist da drin? Was? 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 Ich weine gleich, weil es so komisch ist. Komm, Bomben. Nervlich. So. Alter, ich komm damit nicht klar. Was zur... Was? Voll der OP-Kack-Dings da. Was? Weil sie ist so langsam, weil sie so riesig ist. Eigentlich ist sie gar nicht langsam. Sie ist einfach nur fett riesig, Alter. Link ist draußen! Link... Sie hat Link rausgelassen. Oh, sie ist hingefallen. Und jetzt hat sie Link wieder eingefallen. Okay. Was zur Hölle, Mann? Wer denkt sich das denn aus? Link hat Volga besiegt. Fast. Alter. Was? Oh, Mann. Ja. War's das? Nee, das war's noch nicht, oder? Rück jetzt zur nächsten Festung vor. Okay. Ui. Das wirkt echt voll langsam. Aber es ist nicht langsam. Es wirkt trotzdem langsam. Boah. Das ist doch unnormal. Was haben die denn gemacht, ey? Was ist das? Wie kommt man denn auf sowas? Das ist doch unnormal. Oder... Ist das normal für euch? Keine Ahnung. Ich komm nicht drauf klar. Einfach mal so, ja. So, mal schauen. So, Bombenhagel, danke. Und dann hinfallen lassen. Ne, ja. Äh. Ich muss unbedingt die Dinger kaputt machen. Nerven. Ja, da waren noch zwei. Schau, 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 Bombenhagel. Alter. Und die ist jetzt schon mega stark, eigentlich. Was passiert denn, wenn man irgendwie eine höherstufige Fee hat? Alter. Und jetzt noch mal in die Fresse. Bah. Und sie lacht sich total. Okay, ihr Ahnengriff. Ach, Mond. Joa. Das, was zum Game Over von einem Spiel führte, benutze ich einfach mal als normalen Angriff. Klar. Sind die anderen schon tot? Hä? Das hab ich ja noch nie gesehen, dass er das macht. Sich umdrehen und kratzen. Er kommt, mach. Mach dann. Shit. Aha, wieder rollen. Vor allem jetzt ist Link auch mal in der Flasche und weiß, wie sich eine Fee immer fühlt. Ja komm, mach doch was. Ja komm, scheiß doch. Jetzt greif ich einfach so an. Bombenhagel. Bringt gar nichts. Ach komm, mach doch. Mach doch endlich deinen verkackten Angriff. Ich hasse das. Danke. Ich hasse das einfach. Wenn die sich die ganze Zeit zöger. Ach, jetzt wissen wir, warum sie was anhat. Weil wir sie von hinten sehen und alles und wenn sie nichts anhatte, dann, ne? So, Mission erledigt. Alle Feinde wurden besiegt. So. Gib mir Material. Das ist doch, Alter, was ist los? Link, ey. Na, wie ist es so in der Flasche? Waffe. Wie die Waffe. Ich hoffe, das ist wieder ein Buffet. Alter, das ist was zur Hölle, ey. Ich verstehe das nicht. Mein Hirn versteht das nicht. Äh. Aua. Was? Link. Oh Mann, ey. Das ist unnormal. Einfach unnormal. Sorang. Ah, wow. Und ein Lyra. Und Feuerbo... Yeah. Finstens-Bonus-Dings und ja. Aber wir haben eine neue Fehl, die Stärke ist. Loll, ey, das Bild! Ah, das ist so bescheuert. Was ist los? Ich verstehe das einfach nicht. Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass ich das nicht verstehe, aber ich raff es aber nicht. Hä? Achso. Hab mich schon gewundert, dass da eine Mission ist, wo man eine Belohnung kriegt, die man nicht erst suchen muss. So. Jetzt suchen wir aber hier. Wir haben die Lyra. Und müssen das machen. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwas wegspringen. Scheiße. Das heißt, wir brauchen noch einen Kompass. Mist. Äh, gut, dann machen wir jetzt erstmal eine andere Mission. Eine andere Mission. Was können wir denn machen? Was passiert hier? Stufe 6. Hm. Ich trau mich noch nicht. Stufe 2. Und hier kriegt man noch eine Stufe 3 Feuerstab. Äh. Begrenzt. Oh, begrenzt auf Link und Feuerstab. Okay. Das heißt, wir müssen den Zauberstab benutzen. Zauberstab, ey. Okay. Machen wir das mal schnell. Wenn es schnell dauert. Je nach Attribut Feuerwasser, Blitz, Licht. Und Fitzsales, verfügt die der Waffe über zusätzliche Elementangriffe. Äh. Triffst du auf einen? Ah, das ist viel zu viel in sechs Seiten, Alter. Boah. Schade, dass wir nicht nochmal die Fee nehmen können. Aber das ist so unnormal. Was ist da gerade passiert? Die Mission sieht groß aus. Habe ich inzwischen den Stab mal gezeigt? Ich glaube irgendwie nicht. Aber doch einmal, glaube ich. Hoi, hoi. Schnell, schnell, schnell. Ja. Boah. Normalerweise sieht man das, glaube ich, nicht aus der Perspektive. Äh. Bla, bla, bla. Brauchen wir einen Rang A-Sieg nur? Ach man, wieso achte ich denn nicht drauf, was man braucht? Immer das selbe. Befestiger wohnen auf dem Schlachtfeld gesichtet. Es ist ein Befestiger. Schnell. Oh. Besiege die Befestiger. Na gut, dann besiege ich die Befestiger. Ah, hier ist ne Fehl. Auflenkung. Ah. Wumms. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Wumms. Wumms, Wumms. Ist auf jeden Fall auch ne coole Attacke. Und der Stab ist an sich auch nicht schlecht, aber... Äh. Also, Schwert ist auf jeden Fall besser, finde ich. Ist viel schneller und... Also, stärker natürlich nur bedingt. Kommt drauf an, welche Waffen man hat. Aber, ja. So, ne Fee haben wir. Die Fee des Wassers, wo du... ...gedingst. Ja. Gedingst. So, du gefällst mir nicht. Du kannst weg. Ey, kann man gar nicht durch, lol. So, ne Bamba. Einfach die ganzen entgegenkommenden Viecher, alle ignorieren. Sind unwichtig. Vor allem, hier läuft genau den falschen Weg im Prinzip, weil ich... ...hier gar nicht weiterkomme. Also, sehe ich gerade... Oh, schnell. Die Befestiger sind genau auf der anderen Seite. Aber ich dachte, das wäre schneller. Ich wusste nicht, dass sie da hinrennen. Ich weiß ja nicht, was die Befestiger machen, Mann. Ach, Mann. Ich bin immer noch verwirrt, verwirrt, verwirrt. Waaah, sof, 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 sof. Danke. Befestigungskommandant. Ich stehe, Befestigungskommandant. Ja, die Befestiger müssen schnell besiegt werden. Doch, da komme ich durch. Ja, lala. So, ein Teil von Truppen in Richtung... ...la, lala. Okay. Hauptquartier in Gefahr. Kurz gesagt. So. So, schnell zu den komischen Befestigern, was auch mal das sein soll. Mann handler Tentakel auch noch, ach, Mann. Ach, nö. Okay. Da ist aufjemand... Hä, da ist eine Fee und... Warte, da habe ich eine Wasserfee. Des Wassers ist das doch... Ja, gut. So, da ist ein Befestiger, den werde ich mal schön erledigen. Wumms. Feuer, 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 Feuer! Und Stufe erhöht. Yeah. Jetzt habe ich die Fee des Feuers, oder? Ja. Okay. Und des Feuers kann ich erst da runter. Aber hier sind, glaube ich, zwei Befestiger? Ja, nee. Zwei Mannhandler-Dinger. Hui. Hui. Äh. Ich glaube, jetzt kann ich... Bin ich langsam auf den Weg machen. Nach unten. Und das Hauptquartier wird angegriffen. Und die Südfessung ist kurz davor zu fallen. Okay. Dann sollte ich, glaube ich, als nächstes zur Südfessung. Aber erst in Ruhe hier das hier machen. In Ruhe. Oh Gott, das Hauptquartier wird angegriffen. Das Hauptquartier wird angegriffen. Scheiß Fall. Wieso bist du gemein? Wieso bist du so gemein zu mir? Ich bin doch dein Gebieter. Eigentlich nicht dein wahrer Gebieter. Das ist ein anderer Link, aber du weißt, was ich meine. Ich wurde wieder geboren oder so. Kein Plan. Wer steigt denn da noch durch? So. Oh, der Fett ist leider ein bisschen stark. Aber die Südfessung fällt bald. Ich guck mal kurz. Der Festiger hat da eine feindliche Festung verstärkt. Na toll. Giraim. Okay, hallo. Boom. Ich glaub, das war ein Mannhandlerkopf. Also schick. Na, ist hier ein Mannhandlerkopf? Nö. Oh lol. Ich dachte, hier wäre ein Mannhandlerkopf. Die haben echt keine Kappi, diese Dinger. So. So, einer da lang. Ach, da war noch so ein Fuzzi. So. Zack, zack, zack. Hey. Ah, danke. So. Hm. Mannhandlers. Ich glaub, da oben müsste einer sein. Vielleicht. Auf jeden Fall ist hier ein Fetti. Sieht aus, als wäre unser Hauptquartier belagert. Oh. Okay, die Südfessung ist gefallen, glaub ich. Die Truppe von Feil, bla bla bla. Hm, hm, hm. Hauptquartier, ja, ja. Mann. Ich will den Fetti, die Fettis haben echt viel Kappi, im Gegensatz zu den anderen. Aber das sind ja auch Fette. Also nicht, dass das heißt, dass die mehr Kappi haben, aber ja doch. Tanks sind meistens irgendwie so kräftig oder fett. Passt schon. Stimmt halt auch irgendwie. Ist halt so. Die sind robuster. So. Äh, Material. Okay, jetzt wieder in den Süden. Zum Hauptquartier. Hm. Ich glaub, ich muss jetzt zu dieser Feuersache. Da unten links. Sonst. Könnte es eng werden, vielleicht. Weil, ich weiß nicht, ich glaub, unser Hauptquartier wird die ganze Zeit beschossen. Von so einem Mannhandlerkopf. Und hier ist noch so ein Fetti. Den hab ich natürlich in Ruhe gelassen. Weil ich nicht gegen den kämpfen wollte. Ich hatte keinen Bock. So. Ich hoffe, du stirbst. Ja. Nee. Ja, doch. Okay. So. Okay. Wumms, wumms, wumms. Ein bisschen Radau hier machen und dann ist alles erledigt. Äh, einer noch. Ja. Und jetzt gehört es wieder uns. Schalala. Und da sind ganz viele Gegner. Kackstoßtruppen, die auf dem Weg zu unserem Hauptquartier sind. Aber die lass ich nicht durch. Aber die Starken, die sind, also die Starken sollte ich auf jeden Fall nicht loslassen. Ha, durchlassen. Hyrule Hauptmann ist in Bedrängnis. Alter. Okay, nur der ist fett. Äh, nur der ist, äh, stark. Hauptquartier steht kurz davor zu fallen. Juhu. Okay, dann gehe ich jetzt kurz, äh, schnell besser gesagt, äh, zu dieser fehlensache. Denn ich glaube, da ist der letzte Mannhandler oder vielleicht da oben noch. Bestimmt da oben noch, aber auf jeden Fall hier unten. Einen auf denen ist, kann mir ja keiner erzählen, dass da keiner ist. So, schnell, schnell, schnell. Ansonsten. Hier ist echt keiner. Jeder andere rein, nicht schnell. Hoch. Äh, so. War unser Hauptquartier. Muss heile bleiben. Logischerweise. So. Ach komm, Mann. Stimmt doch. Danke. Schnell. Hm. Blöde Mannhandler. Okay. Blöde Mannhandler. Kopf. Na geht nicht. Hm, schon mal ausrüsten. Oh, danke. Hätte ich das gewusst. Hätte ich es schon früher gemacht. Naja. Wumms, 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 wumms. Das ist echt ein cooler Angriff. Deswegen mache ich ihn nochmal. So. Und nochmal. Wui. Oh, sammelt euch an. Sammelt euch an. Ja. Hui. So. Ähm. Oh, hier kommen Leute rein. Leute vor allem. So, ich will jetzt kurz nach ganz unten. Äh. Äh. Hm. Okay. Also nach. Ähm. Im Süd. In der Südfestung ist auch wieder was los. Aber egal. Und hier auch. Oh. Ich sollte vielleicht hier rein. Hier sind ganz viele rote, fiese Punkte. Und zack. Die A-Attacken sind manchmal echt cool. Aber nur manchmal. Manche sind scheiße. So. Vielleicht hat er auch so viel KP, weil er leuchtet. Vielleicht hat er einfach. Ist er gerade. Ja, das ist ja logisch. Weil der eine. Dieser Befestiger hat doch ein Quartier oder so verbessert. Kein Plan. Äh. Da ist noch ein Stoßtruppenhauptmann. Voll der Alienstrahl irgendwie. So. Da sind schon wieder Gegner. Ah ja doch, da können wir auch lang. Machen wir auch. So. Was ist jetzt da oben los? Also wieso sind die Festungen zu? Entweder da ist ein Torwächter oder ich kriege wieder einen Schlüssel irgendwie. Oder irgendwas anderes. Ich glaube irgendwas anderes. Boah. So, so, so. Feier, feier, feier. Und. Ups. Und. Uh. Ach ja. Flächenschaden. Immer wieder toll. Südfestungssch. Ja, ja. Feld. Skultula. Oh. Skultula. Oh mein Gott. Skultula. In der Mitte. Wir hätten direkt unten. Ach, das wäre voll ärgerlich, wenn nicht und wenn man da runterläuft. Und dann muss man ja in die Spirale und man kann keine Abkürzung nehmen. Na ja, so tief geht es gar nicht runter. Ja ja. Südfestung wurde eingenommen. Bla bla. So, mal schauen, ob sie hier ist. Na. Ich hör sie. Da. Okay. War irgendwie klar, dass sie hier ist. Also jetzt mal ehrlich. Aber man, also es hätte auch nicht sein können. Deswegen. Man weiß. Oh, super. Aber jetzt wegdrücken mit A und was ist. Na ja. Okay. Äh. Okay, ich glaube, wir können auch wieder in den Süden und gucken, ob wir da helfen können. Und dann nehmen wir erst dieses Ding ein. Och. Immer dieses hin und hergrenne. So. Und. Bam. Bam, 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 bam. Okay, tschüss. Und. Oh, die Einheit des Knochen. Es wurde zerschlagen. Das ist schön. Komm. Einer. Los. Danke. So. Zack, zack, zack. Und wieder unseres. Yay. So ein hin und her irgendwie. Oh. Zack. Oh. Der wurde gerade schon von wem anders besiegt. So. Jetzt können wir in Ruhe hier das endlich mal erobern. Ui. Bombs. Voll gegen die Wand. So. Hallala. So. So. Haha. Wir kriegen ja mit Link eigentlich nichts außer den Kompass, den wir haben wollten. Oh ja, ganz viele, ganz viele. Haha. So. Zack, 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 zack. Yeah. Oh, er wurde geschwächt, der Feind. Mission erfolgreich. Okay, das war die Mission. Du hast den Feind geschwächt. Wow. Deswegen waren die Klopsis so stark. So, das Hauptquartier ist offen. Dann können wir jetzt einfach da durchstürmen und alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Ich bin in einem Weg gefahren, gelaufen, ich weiß, aber egal. So, um die da oben über dem Hauptquartier kümmere ich mich jetzt gar nicht. Oh, Fai. Fai erwartet uns. Ja, ja. So. Einfach A drücken. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 0%, dass du mich besiegst, Alter. Das hatten wir schon mal. Das stimmt einfach nicht. Du lügst. So. So, Fai. Du wirst verrecken. Du wirst verrecken. Oh, gut. Wurz, wurz, wurz. Natürlich wirst du nicht getroffen. Ich meine, du stehst ja direkt vor mir im Schuss. Direkt. Und als ob du getroffen wirst. Also, puh. Nee. Um den kümmere ich mich einfach gar nicht erst. So, ein paar Gegner besiehen. Ein paar Gegner besiehen. Und jetzt wieder. Ups. Schöner Feuerdrache. Schöner Feuer... Voller... Voller... Voller Drache. Voller Drache. So, Fai. Wieso machst du nichts? Ich wollte gerade sagen. Ja. Stopp, stopp, stopp. Ja. Stirp. Bäm. Die Triforce-Kanone. Eigentlich ist es ein Magiestab, aber egal. Hey, mir fällt gerade auf. Den Feuerstab gibt es ja tatsächlich öfter. Äh, lol. Habe ich schon gewundert. Hä, wieso hat er denn plötzlich so einen Kackfeuerstab? Aber den gibt es ja echt. In The Link to the Past zum Beispiel gibt es einen Feuerstab und einen Eisstab. Lol. Ich habe es irgendwie vergessen. Dass es die gibt. Ich bin immer so ein Talent dafür, dass ich bestimmte Sachen nicht kombiniere. Es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Zumindest kommt es mir immer so vor. Also ein bisschen schlecht manchmal, aber manchmal auch gut. Äh. Material, Materialherzen. La, la. Okay, Material. Und ein Bogenabg... Oh. Hä? Wir kriegen was für Link? Ach ja, wir haben ja eine andere Mission gemacht. Ich bin so dum. Ich kriege ja echt was für Link. Cool. Das heißt, wir haben einen Rang A. Hä? Versiegelte Waffe? Ach ja, stimmt. Ja, klar. Wir kriegen den Kompass und einen Stufe 3 Stab. Das heißt, wir müssen Rang A. Alter, ich bin so verwirrt. Tut mir her, dass ich immer alles vergesse. Das ist so normal. Egal. Das klappt ja. Oh yeah. Also so sieht der Stab nicht aus normalerweise. In Link to the Past zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich in irgendwelchem Zelda noch. Aber müsste bestimmt noch sein. Auf jeden Fall ist es normalerweise wirklich nur so eine Kugel. Ah cool, dass wir gleich Rang A bekommen. Magischer Stab. Ein Zauberstab der Kontrolle über Feuer verleiht. Sein Schaden verteilt sich über ein größeres Gebiet. Was ihn ideal für den Einsatz gegen mehrere Gegner macht. Cool. Boah. Geil. Voll fett. Und ein neues Verbring. Stimmt. Wir haben einen Scochilla bekommen. Und Aronjas Haare. Oder Borsten, wie sie das hier nennen. Borsten. Okay. Warte, hier gab es gar keinen Kompass. Nicht dumm oder so? Was wollte ich denn haben? Hä? Ich würde doch einen Kompass haben. Habe ich echt eine Mission dafür gestartet? Achso, ja stimmt. Okay. Stimmt. Ich wollte das so machen. Ich habe jetzt die Mission gemacht. Und für Link was bekommen. Und jetzt können wir zum nächsten Part hier weitermachen. Weil ich zum nächsten Part einer der hier unten Missionen mache. Nee, das nicht. Aber das hier. Und da holen wir uns den Kompass. Und dann gucken wir, was man da wegsprengen kann. Oder was auch immer. Und dann können wir hier weitermachen. Endlich. Ich würde sagen. Ups. Nein. Oh Gott, so gut, dass man das nochmal abbrechen kann. Ich glaube, das ist hier. Ich würde jetzt einfach mal raten. Aber egal. Wir raten nicht. Wir gucken nach. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann lösen wir das Rätsel. Bis dann. Und tschüss.